Mein Name ist Valentin Burgert und ich bin jetzt die vierte Generation, habe den Betrieb jetzt übernommen von meinem Vater und ich freue mich auf das Projekt, das jetzt in den nächsten Jahren mir bevorsteht, mit meiner Freundin zusammen das fortzuführen und weiter mit Regionalität und regionalen Produkten zu glänzen. Das Ziel ist jetzt wieder den Titel zu verteidigen und wir werden alles reinhängen, dass wir das wieder schaffen. Weil das ist eigentlich die größte Auszeichnung, die man machen kann, wenn der Kunde dich bewertet und nicht irgendein Komitee aus drei Mann.